hört sich gut an wenn ihr zur lagerhalle kommt dann werde ich sie die kommt zu dir da hat einer von den uaz genommen fährt auch das auto schleudert mich zehn meter nach hinten btf ich bin stark du hast doch gerade noch ein fahrzeug ich weiß nicht was hier passiert gerade bei diesen zwei leute mit dir drin ich frag mich wo sind wir hier zwei zwei leute sind hier mit dir reingelaufen ja ich weiß es nicht die sind nicht hinten richtung kernkraftwerk nein nein die sind hier direkt oder tobi ist rein okay ich lauf mal kernkraftwerk hinten hin dann sind die weitergelaufen vielleicht sind sie in dann in das atomkraftwerk rein ja sind so sind sie da ist ein oder spontan auto dann sind sie definitiv hier drin sind in der halle naja ich wollte sagen weil ich vermisse hier zwei leute die hast du eine waffe ich habe einen 16 jetzt kommt man lasst mal die hier vorne am eingang ab abfangen hast du auch eine waffe oder ich habe auch einen 16 mit akk visier ja ich habe dort jetzt noch ein level 3 hin bei mir hast du schon lange sie holen wenn die ins fahrzeug einsteigen schon hole ich mir den doch ja ich sehe schon ein laufen läuft richtung auto das auch zu verlegen mini oc schalldämpfer gesehen naja sowas auf sowas achte ich nicht stehe hier so offen ja ich auch aber wir können jetzt nichts machen ja hier bei mir jetzt genau hier der ist in der halle wieder drin kurz sehen dass ich hier weg kann ich sehe schon ich sehe schon ja einen habe ich gesehen einer ist oben auf dem dach bei der halle zwei sind oben auf dem dach ja ich sehen nicht sehen ich komme jetzt in deine richtung kommen jetzt eine lauf zu meiner seite der andere zu horne seiner seite auch irgendjemanden täglich stock ja 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 dann kommt gut zu meiner seite ab geht's leider auf dem dach oben die waren eben gerade um gedacht das kann sein dass wir zum auto laufen die werden gleich ins auto rein die werden noch hinten das eine warehouse mit links 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 von dir was links close jetzt bin ich verwirrt am gebäude der garage gegangen links zu der garage ist der gegangen deshalb reisen schießen er läuft vor sie nicht ich sehe nicht machen wir hier nicht sehen er kommt klatschen weg ich will ein safer kam warte bewegte nicht auch nicht macht kein step kein step ok wenn sie eigentlich sie einen in der halle drinnen kollen 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 in der halle drinnen koordinate kollege willst du noch rettet ich habe einen achten wachstum drauf der ist knocked out auf den er schießt ich habe meinen echo drauf hast du nicht lockt du weißt ist tot ist tot ist tot das muss mehr sein ok das war einer auf jeden fall noch was looten ich habe nämlich gar nichts ich habe nur das rifle einer ist auf jeden fall bei den hallen noch ein rechts wir müssen los eigentlich nur wir haben fahrzeug wo habt ihr die anderen gekillt ich habe hier nur eingetötet ich habe auch nur angeholt er lag vorne noch vor der grünen halle hinter den fässern ich bin jetzt mal für euch wir müssen jetzt aber los wo ist die scheißkarre kommen wir die wir fahren einfach mit naule weg finden noch was wo wir zu dem jeep oder wir bleiben hier und die deckt mich der und ich wir warten hier und ihr holt den jeep ich war oder ich war draußen steht doch im urz er will ich doch gerade holen wird mir ich meine ich denke ich meine draußen steht einer hinweg los die sind im zug zwang nicht wir los er kommt hier ich habe einen helm nix na ja ich habe auch nur ein helm und rucksack ein bisschen beruhigen freunde alles gut du hast gut reden du hast ja voll ab geht's hier steht ein hause wo vor mir tot ist direkt gestorben alter ich bin hat den helm haus raus und sie ja ich habe ihm die eier geschossen wahrscheinlich hat er den helm noch gerade wo wo hier vorne war der direkt tot der war direkt er möchte nichts sagen aber das funktioniert nicht die schießen erlichen auf dich ja aber aber ist für mich ein selbstschutz wir hatten sich ein level 2 haben jetzt gekrallt ich nicht ich hatte mir auch nix ich bewegte mich jetzt lieber mal nicht dass ich glaube die mal einen kleinen respekt schuss verpassen damit er weiß wer der herr im haus hier ist ja ja die zweite person die laufen hier zu mir richtung den hügel in deine richtung laufen die kann man schießen wenn ich da bin auf west auf west auf west ich wechsle jetzt auf volumen zu close ist ich schieße der erste hat gute hits ich sehe den baum ich nade den baum vorsicht ich sehe gar nix jungs nade den baum ich nade den baum der ist noch im haus der ist tot der ist tot der ist tot dem was du naden wolltest wo ist der andere im haus im gelben haus im gelben haus der rechts oder links linkes oder rechtes gelbe einer ist noch im haus einer rechts direkt knocked out ich bin hier so auf dem field was mache ich hier habt ihr den zweiten links vor euch gekommen ich hab gar nichts ich hab den getötet ich hab den getötet den was er wiederbegeben wollte ich glaube der andere ist hinter dem noch ist er auch ja der war hinter dem gebäude jetzt hängt meine mauer Leute nimmst den loot nimmst den loot der hat gut 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 ja ich brauche auf jeden fall was ich hab Vantagen hier mit rausgenommen die kann ich euch dann legen wenn es wenn es geht einer lebt noch einer lebt da noch der ist bei dem big gelben gebäude bei dem linken ja 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 weil das große hier bei dem direkt vor mir ok ich gebäude ich hab ne mini usi damit hast du dich noch ja riskiert nichts hol ihn dir der kann auch nach hinten runter gelaufen sein das haus ist clear der ist auch hinter dem baum sein er kann auch nicht ich will looten hier liegt eine loot box hier liegt eine loot box kann das der typ sein nein 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 deck mich mal bitte es ist so risky jetzt hier zu looten ich weiß nicht was ich davon halten soll das ist so risky da ist davon oder auch noch ein paar der ist ja noch irgendwo der ist bei euch Tobi der ist da den Berg runter gelaufen ich sehe einen auf SW genau geradeaus sehe ich einen das ist der das ist der der rennt komplett um sein Leben das ist der gut der ist komplett weggerannt der macht hier Hakengas wieso habe ich das gefühl hier kommt gleich einer mit einer shotgun um die Ecke nein doch nicht ach ne Weste zwei spieler richtung 240 einer an dem stein wo der baum ist wir müssen laufen wir müssen schon wieder joggen der ist an dem stein da ne passt auf jungs richtung 240 da ist ein stein neben dem baum schießen auf die andere seite bullet drop bullet drop das heißt hier schließt irgendwo einer mit einem silencer im kreis von 100 meter wieder zwei bullet drops aus hängt schon wieder das sind ja er jetzt höre ich auch mal ja wenn die wenn die hülsen fallen wenn die hülsen fallen schieß einer mehr jetzt habe ich gerade eine hülse gehört lass uns hier links durch die kugeln nicht so übertrieben die kugel können wir uns noch ein bisschen halten naja wirklich die werden dann den kleinen kapusten rechts an der seite ich mach da alles die häuser ja hier rechts in den orange häusern werden die sein 100% da müssen wir aber auch hin und bis dahin ist alles open field naja jetzt heißt es laufen oder sterben naja jetzt heißt es wollen wir in das haus SW rein ist das unser ziel ja da sind die leute drin 100% boah ich hab schon schon wieder bullet drop oder wollen wir in den tower ne der tower ist nicht safe oder der tower ist nicht safe komm komm auf die häuser auf die häuser komm ich hab mini UC ich geh als erstes rein wir müssen aufpassen hier rechts ich schießen ich höre sie auf mich schießen bis jetzt wurde nicht auf mich geschossen ja aber die bullet drops die schießen sie auf jeden Fall nicht ja ich hab grad einen splash gesehen vor mir direkt die werden hier im tower sein hier rechts ich hab grad einen splash direkt vor mir gesehen ja hab ich bei ihr die auch ne ne da war einer da waren ach ihr seid jetzt auch ein bisschen anders als ihr werdet von links abgeschossen ne werden wir nicht wenn wir in das Haus reinkommen dann spritze ich ab äh Jedi geradeaus von uns war ne Sniper Rifle ich hab Auto AK auf Auto ok hier frei im tower im tower im tower im tower 100% safe call im tower ist was drin Leute die kommen jetzt aus dem tower raus ja kommen sie ich bin ready um den Dödel rein zu halten ich steck uns nach hinten erstmal einer ist jetzt oben im tower drin zwei Leute oben im tower drin wenn du sagst dass du los gehst horny sag Bescheid die aim auf mich die müssen raus ja die aim wir haben die Tür zu gemacht die safe zone ist stehen geblieben was ist ein Dysventrol ich krabbel weiter die hast du gerade kleiner geworden wir sind aber in der nächsten safe zone Tobi Jedi ich krabbel weiter ja aber Jedi warte mal da war auch M16 oder hast du die jetzt lass mich mal kurz hier durch ja nimm mal ruhig halt pass aber auf die aim von den häusern deck die uns ein bisschen ab in unsere Richtung Jungs könnt ihr bitte mal einmal in die tower reingucken die müssen gleich kommen die sind in spätestens 30 einer raus der zweite auch raus die haben nochmal ein vierfach sendet quick throw einer ist knockoutet der andere spawned ich geh wieder rein ich geh wieder rein tot beide tot bis die mal sterben ne beide tower tot ach die hatten nur ums lol die hatten nichts ne der eine hatte ump die haben elf gegner Freunde auf gehts fokus so ich hab jetzt auch ein arcock alles was aus der military base rechts kommt ist RIP weil wir hier die bessere Pose haben es kann nichts mehr kommen kann ich auch sagen aber hinter uns ist ein spieler ein spieler auf 330 am Baum Jungs saft uns mal nach hinten ab bitte ich hab Richtung SWS kann auch einer mit mir 330 Baum halten ja ja ich guck schon wir müssen zu den häusern das dauert glaube ich nicht ne müssen wir nicht aber der muss laufen irgendwann müssen von den häusern jetzt runter kommen ja ja und die werden jetzt hier links über den Hügel kommen kannst du davon ausgehen ah der der weiß so dass ich auf ihn aim ja ja eigentlich ne ganz gute äh Hügel kommt aua knockout zwei zweiter da nice einer tot noch ein zweiter am Baum direkt close ich nadele ich nadele ich nadele nade fliegt wer am Baum läuft nade fliegt tot ich hab zwei noch nadele ich hab drei Leute am Baum er hat sie alle geholt am Baum alle weg alle weg alle weg drei tot vier Gegner der ist an dem weißen Baum eins spieler also wir haben ein dreier Team oder zwei ein zweier zwei einser oder ein dreier und ein einser Team die haben ja gar nicht was ist das denn nur Muni die haben eine M249 ich glaub's nicht ich krieg einen Ständer oh wir hatten beide den gleichen Gedanken ich geh tiefer ich geh tiefer um den Baum zu sehen was war mit dem Ytree der ist jetzt auch hinter uns hinter uns hinter uns zwei drei hol mich schnell hoch kann ich nicht mann du blockst mich komm die pushen uns links der ist tot Horny ich komm ich komm wir sind der einer direkt links von uns direkt vor mir am Baum Horny direkt vor dir am Baum ich kann dir nicht helfen ich kann dir nicht helfen ich bin tot zwei gegen zwei Leute auf unserer Reich ist einer und einer geradeaus ich kann dir gar nicht helfen Horny ich seh nur deine linke Seite falls er weit geht da ist einer am Baum Horny links ja rechts weiß ich ja du weißt beide ich tu und tu mann wieso sind denn diese Toten oh oh ich kann dir nicht helfen ich kann dir nicht helfen du musst nur auf links ein bisschen gucken Horny du wirst von links geflankt glaube ich gerade Horny links am Baum denkt daran da ist auch noch einer ich halte ihn am Baum bei eurer Leiche siehst du den an Baum nein der piekt nicht der kann weg sein du machst nur Fokus auf rechts Horny sei hat links ich möchte eigentlich nicht die ganze Zeit peken weil er mich da durchsehen kann aber die müssen kommen Horny die müssen kommen da siehst du den Kopf siehst du den Kopf ich habe gar keinen Fokus drauf gehabt sei du bist in der Safe Zone die müssen zu dir kommen ich weiß ich weiß einen habe ich einen habe ich der andere ist nicht oh sei egal ruhe ist alles cool er ist liegen super los ganz chillig wo komm runter 110 von mir das sind von dir 70 ist er den Berg runter gelaufen nein nein der ist wieder hoch der ist wieder hoch der wird gleich an dir vorbeilaufen der muss nach links kursen von da ach so ja ich kann hier ich habe gedacht du wärst tot ich bleib hier oben selbst wenn du Gas Damage aus der Hölle kriegst nate horny nate für wärst noch eine nate er kommt er pusht dich er pusht ein stein jetzt schieß ich yes vor allem der Call kam noch vom horny guckt nach hinten ne ja da kommen da zwei nice super